Osters und Voss, ein Lohnunternehmen der Superlative. Ein gigantischer Maschinenpark, ein allumfassendes Angebot an landwirtschaftlicher Dienstleistung und Transport. Hier arbeiten Menschen Hand in Hand. Tonnenschwere PS-Boliden ackern bis auf den Zentimeter genau. Und elektronische Systeme erlauben eine minutengenaue Auftragsabwicklung. Mit Anfang 20 kamen Andreas Osters und Christoph Voss nach Brandenburg. Sie haben in den 90er Jahren ihr Lohnunternehmen gegründet. 2011 feiern 140 Mitarbeiter gemeinsam das 20-jährige Jubiläum. Heute sind sie über 20 Jahre im Geschäft und zählen zu den größten Lohnunternehmen der Republik. Mit 90 Traktoren, 16 Mähdreschern, 13 Häckslern und 33 Lkw. Hauptstandort ist Groß Gottschow in der Prignitz, nordwestlich von Berlin. Im Umkreis von 100 Kilometer befinden sich noch drei weitere Niederlassungen. Jährlich werden eine Million Kubikmeter Gülle und Substrat ausgebracht, 10.000 Hektar Getreide geerntet und 13.000 Hektar Mais gehäckselt. Harte Arbeit für ein starkes Team mit beeindruckenden Maschinen. Aber Ausruhen, das gibt es nicht bei Osters und Voss. Das Unternehmen entwickelt sich immer weiter und Osters und Voss begeistert. Der stetig wachsende Maschinenpark und die moderne Technik arbeiten nach einer neuen Prämisse. Precision Farming ist das Schlagwort. Zentimetergenaue Bodenbearbeitung, optimale Auslastung der Geräte und ein modernes Team- und Maschinenmanagement. Osters und Voss geht nicht nur mit der Zeit. Osters und Voss entwickelt Trends in der Zukunftstechnologie. In den Wintermonaten können die beiden Geschäftsführer über die vergangene Saison nachdenken. Welche Maschine war effektiv? Welche Technik hat sich bewährt? Sie schmieden neue Pläne, zum Beispiel wie viele Traktoren sie in der neuen Saison ordern werden.